Heute war ein Highlight angesagt in meinen Ferien. Es ging an den Grand Canyon der Schwaben und zwar an die obere Donau nach Tiergarten im Donautal. Und schon waren wir auf unseren Kanus und los ging es mit den ersten Seeschlachten vorbei an Burgen und Felsen im schönen Donautal. Wir hatten sehr viel Spaß und das Wetter hat mitgemacht. Es war ganz schön anstrengend und ich glaube, heute Abend schlafen wir alle ganz gut, denn das Paddeln ging ganz schön in die Arme. Es war ein ganz toller Tag im Donautal im Grand Canyon der Schwaben.